Pepepepepepepep ZumPEPEPEPEPEPEPEPEPE!!! Ah, okay. Sorry!!! Woolltchen? Genau, erst den Quest, dann den Hauptquest. Wo komme ich runter? Ich glaube da. Daneben kriege ich sogar schon ein Pferd. Das war nett. Und zwar keine Ahnung, wie es ist. Aber ist mir auch egal. Vor allen Dingen hoffe ich, dass wir heute so weit kommen, dass ich eine neue Area erschließe. Und dann kann ich mich off-stream wieder ein bisschen nachzocken, was die Schätze angeht. Weil dann morgen wahrscheinlich der Freitags-Stream mit Mattis auch wieder ausfällt, weil die ja nicht da ist. Würde ich es so wahrscheinlich dann... Der Questgeber ist eine Katze. Ah ja. Was ist falsch? Hey, Nali! Komm zurück, du Sneak! Hier, kleine Einige. Ah, hey! Okay. Ja. Ja, ich würde die... Ach, jetzt. Got you, little mouse spider. Oh, schöne Katze. Wollen wir wieder weg? Ach, nee. Wow! Nali hasn't let anyone touch him since old Cutter died. But he sure loves you. Do you want to join my crew, Nali? You would make a fine Raider, I think. Every long ship needs a brave cat for luck. And for the rats. Looks like I have another Raider. Oh, wie gut! Ich habe hier eine eigene Katze. Mag ich. Und noch ein Level ab. Jetzt geht es aber los hier. Na, Katze. Jetzt haben wir aber selber eine Katze. Das ist cool. Er ist ein Hund, jetzt eine Katze. Ich würde halt gern das Gesundheitsding damit nehmen, aber nicht über den Hammer. Den Hammer finde ich blöd. Oh. Okay, das Drucken mag ich. Das ist mit... Wenn ich mit Feuer kämpfen würde, was ich nicht tue, was haben wir hier? Mehr Betäubung. Na, nehme ich. Ich versuche halt momentan, so die Rüstungssätze, die ich nicht nutze, zu avoiden bei dem... Skillbaum. Weil ich meine, ich habe noch Rabe an, ne? Ich glaube, es wird auch Rabe bleiben, wahrscheinlich. Mal schauen. Nächstes Pferd. Wofür soll ich den weißen Hund jetzt haben und eine weiße Katze? Obwohl ich mir in der Realität niemals eine weiße Katze holen würde, weil die... Wenn die Haare... Tut mir die Haare überall einfach... sehen würde. Chill. Du hast den Weg gelaufen. Meine Herren. Scheiße. Scheiße. Before they hit back. Easier said than done. His manor holed up in Borch Castle, a fortress on the sea. On the sea? Then it must have a harbour. It does. Guarded by a gate of hefty iron, held in place by timber spikes, difficult to force open. Timber burns. It does. But how do we reach it? We rig your ship with oil at her front, and sail it ablaze at the gate. They would see us coming long before we reach the walls. We raise a firt, an army of East Anglia's farmers. Throw them at the front gate as a distraction. Saxons willing to die for a bunch of Danes? It's a stretch. It can work, If they fight in Oswald's name, that is all the courage they will need. You there. Did you hear of Thane Oswald's fate? Aye, we did. He dragged Ruit to the bowels of Elba, Dane devil. Ruit may be gone, but his clan still plagues East Anglia. Would you join us to rid your kingdom of his dogs? For Oswald? Aye, anything. Two eager Saxons is not yet defeated. But you may be right. We may have a chance. I can ride to Elmenheim and muster what remains of Oswald's men there. But who else would join us? The Reeve of Thalford, Winston. He's a bitter old barnacle, but he would fight to the death of this land. We can assemble a forward camp by the ruins north of Puerh Castle. Ride with me, Finir. Let's pay this Reeve a visit. With any hope, they avoid the most untouched by ruins violence. Hope is a scarce word in this kingdom. Maybe so, but I would rather hold on to something, anything, than ride with empty hands. Let's give this Greite gemeinsam los, where they all have to talk to us. What we could not solve in the situation. Do you come with? Do you come with? That's right. If Ruids' clan continues to roam this kingdom unchecked, the people of East Anglia will be as ravaged as these lands. And where do we find ourselves? Riding into defense, to beg a horde of frightened farmers' parade? To fight for a king that you gave them, Finir. Remember that. It was my task to find them a king, not protect that king against every danger that might befallen. Oswald wasn't crowned yet, nor was he married. I say you have some work yet to do. Right, right. No need to remind me of the sword. What? Spreech? Just ahead. Wood smoke and ash. Ruids' men have been here. Ouch. Watch your back. Ruids' clan may still be nearby. Bye. Aww. It's all very bad. No time to waste what the Lord has given us. What about you? I'm not sure if I was before here. I'm not sure if I was before here. Everything is gone. Everything. Ah, my friend. We will rebel. I promise you. I ain't got the strength anymore. Stand tall. Nachrichten eines Gräben. Osric. Versteckt das Essen und den Silberteil in der Kirche. Die Unruhlde werden es nicht wagen, ein Gotteshaus zu brandschätzen. Doch man kann die nicht sicher sein. Also verregelt auch die Tür. Wir kommen zurück und holen uns, was uns gehört. Kirche. Wait. Ich bin sofort wieder da, Finn. Äh, warte mal kurz. Das Essen und den Teller. Was wäre ich denn für jemand, wenn ich jetzt einfach diesen wundervollen Tipp ignorieren würde? Okay, Essen kriege ich nicht, oder was? Oh. Was ist die ganze Kirche? Wow. Ich meine, wir haben jetzt auch noch keine im Dorf bei uns. Aber kommt vielleicht noch. I guess. So. Sorry. War kurz beten. Wie, 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 wie? Mein Gott. Okay. Dann halt nicht. Ach so, erst mal der Nebenquest für mich. Okay. Okay. Und wer ist jetzt wieder dein Gesicht in Mehl verdrinken? Und wer ist jetzt? Ich trage dich. Ich trage dich. Nein. Ich trage dich. Machen wir. Was willst du? Geiles Mützchen! Wo komme ich da von dir draußen dran oder muss dafür rein? Ah! Das ging... Einfacher als gedacht. Ein Kleeblatt. Ein...vier...blätseliges Kleeblatt. Ähm... Ach nee, ich brauch da ein Boot gar nicht. Warte mal. Ich weiß, ich sollte jetzt wieder meine Leute rufen und raiden und keine Ahnung. Warte, ich will das selber versuchen. Irgendwas diese Rüstung... Wow! Wow! Okay, man kann, wenn man schnell macht, kann man nicht äh... Nicht steuern. Okay, verstehe. Diese Rüstung, die da auf der Map aufgedeckt ist, dass es wieder irgendwas questrelevantes ist. Da komme ich momentan halt rein. Da ist noch verschlossen. Vorher stört sich nicht, wenn die hier rumlaufen, ne? Sobald ich einen Bogen ziehe, da auf einmal... Oh! Das ist der... Bogen-Sense von den Rehen. Oh, ein Bogen. Ich muss abhauen. Äh... äh... Mist. Hätte ich auch einen Eim haben können, ich weiß. Mistvieh. Ach, die Map ist nicht okay, I got you. Mal gucken. Hast du das kommen sehen, wa? This area is off limits. Da hinten... Einen? Wow. Ich krieg hier ein richtiger Armee entgegen... Machst du? Ja, komm mal, ob du mich gesehen hast, ne? Das ist ja wohl ein Scherz. Aber sagen deine Kumpels nicht mit rüberkommen, ist das ein bisschen, äh... Wird dir das nicht viel helfen. Okay, warte. Okay, warte. Achso. Warte. Ach, schade. Ne, müsste schon runterkommen dafür. Ah. Komm da runter jetzt. Meine Herren, du. Gut. Wenn du nicht runterkommen willst, komm ich halt hoch. Kingsbury. Infested. The Druid's Men. Wenn wir zwei hübschen halt jetzt so machen müssen, dann machen wir halt so. Ich war hier halt schon, das ist halt das Ding. Deswegen ist da auch keine Druhe mehr drin. Das ist ja ein Nachteil daran, wenn man die ganzen Schätze off stream macht. Oh. Krieg ich jetzt die Rüstung? Ist das hier? Hier? Nee. Okay. Ach. Die Map ist das. Okay. Ja, gut. Ich hab's jetzt. Ich weiß, hab ich gerade eben schon gesagt, aber... Upsi. Ich hab's jetzt raus. Ich hab's jetzt raus. Ich hab's jetzt raus. einfach sind auch hier um uns herum sterben auch hier mensch ist ja okay den wollte ich nicht mal treffen hi bye müssen wir auf das hier oben machen müssen wir jetzt eigentlich wirklich nicht uh hi 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 oh iolen auch kinder ist was denn los mit euch danke auch ne nicht so ein schädel ach du bist es doch was soll das du siehst mich wieder weiter oben wenn nicht danke mein großer kommen die hier wo ich glaube eigentlich nicht oder ich muss ja wieder rumschilden glaube ich eher nicht ich gehe nicht zu weit ok dann gehe ich halt ganz letzte serie in ernst dass die jetzt alle abhauen doch nicht jetzt aber eigentlich keine lust drauf was die hier gerade verzapft seufzt ach du bist auch da also ist gleich ein dreh warum habe ist das nicht so spannend weil wir gerade treiben mit zwei nee auch du und dein blödes schild alter feigling ja ich werde euch wieder heilen ich habe es genau gesehen ach mist die typen mit den schildern sind so anstrengend mach mich schnell ich ne es überhaupt raus kam ich hatte die eigentlich nur hier drinnen klage lied für den königlichen märtyrer hier liegt könig edmund vater von east engler ein guter und gottesfürchtiger mann möge er in frieden ruhen umgeben von den kindern gottes bis zum tage des jüngsten gerichts wenn er staub zur erde zurückkehrt und die seele in den himmel fährt gott möge seiner seele gnädig sein oh oh ah lol das was nicht so ein fenster kaputt machen kann ich muss jetzt echt noch lernen dass man manche fenster kaputt machen kann das bin ich noch nicht gewohnt achja jetzt muss ich ja hier das horn blasen wie hoch bist denn du auch dort hier oben hör gut dann ich wollte jetzt sagen als ob es hier einen normalen Weg hoch geben hätte never never ever die rief die rief die rief hat mich gehört das ist wie es das ist das die 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 Du musst nicht so schreien, schicken aber vor dir. Sag jetzt, du kannst noch mehr finden, die mir helfen eventuell, weil das ist ja... Joa. Begib dich zum Fauch, brauchst du denn, ne? Und woher soll dieses Castle... Oh lord, was ist das hier? Ne, kann ja nicht. Wann ich hier für ein Bild? Oh, mit ner Rombe. Mag ich. Dann wieder zum Turm in Trümmern. Und drüber zum Vorbosten. Ja, dieses blöde eine Reichtum wird. Einfach nur dieses blöde... Die blöde Rüstung ist die... Wie das irgendwann verschlossen ist. Hier ist einfach jedes Mal was. Wenn ich hier runter springe. Bin mir sicher, ob das jetzt im dritten oder vierten Mal gelootet. Nein. Ah. Hätt ich hier mitnehmen können? Keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Das Horn kam aus Elmenham. Ich brauche keine Brille, nein. Ja. 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 Obwohl ich habe eigentlich schon so viel Vorrat, ich könnte eigentlich... Ach ja, komm, was soll der Geiz? Hallo. Ich habe alles überlegt. Sorry. Wo soll das sein? Doch das extreme. Da sind sie weggelegen. Auf der Nachtflüssig. Hauptsache, Valdus wird die Firde an den Fronts gingen. Mit Ruud'smen distracteden, unsere Senators muss auf die Seagate von den Backwaters an den Backs. Und, bevor wir in, wir bleiben keine Schatten in den Kasten. Roots men cannot be allowed to dig in further Your long ship Is she ready? She awaits her own special glory Moin, Leute They need your words, Eibold Find interessant Wie sehr wir in diese Führungsrolle getränkt werden Schnellig Oswald was a man Who didn't hesitate when you saw him for favors A man who was Fair and strong A man who gave his life For his kingdom Honor him today Honor his memory And fight with the same extra courage He showed For Oswald Now is the time Am Ende war er echt super mutig Amin so gesehen Für den Rabenclan ja fast schon an Die sind ja echt stein von Sigur Daher Oder die Synchronspräche immer sagen Sigur Ich hab meditiert So Is